Parishwa Paripurna Vajrasana ist die Donnerkeilstellung mit Füßen nach außen, das ist dann eben Paripurna Vajrasana, bei der du dich zur Seite beugst, Parishwa. Also in Paripurna Vajrasana falte die Hände und beuge dich zur einen Seite, atme ein paar mal, fühle die Dehnung in Brustkorb und in Schulter und dann gehe zur anderen Seite. Die Stellung dehnt nicht nur Schultern und Brustkorb und Oberarmmuskulatur, sondern ist auch eine gute Übung für die Zwischenwirbelgelenke.